Saum. Saum ist zum einen ein deutsches Wort, zum anderen ist es ein Sanskrit-Bija-Mantra. Saum als deutsches Wort ist die Begrenzung von etwas, der Rand einer Fläche. Saum ist die Einfassung eines Kleidungsstückes. Saum ist auch der Rand eines Waldes. Saum als Bija-Mantra. Saum ist ein Bija-Mantra. Es gibt zum Beispiel das Mahavidya Gayatri, welches dieses Mantra enthält. Saum hat dabei verschiedene Bedeutungen. Saum ist zum einen das Bija-Mantra von Sarasvati. So gibt es zum Beispiel auch das Mantra OM AYM KLIM SAUM SARASVATIYENAMAHA. Also es gibt das Mantra OM AYM SARASVATIYENAMAHA. Aber es gibt es auch in einer ausgedehnten Form. OM AYM KLIM SAUM SARASVATIYENAMAHA. Saum ist ein Mantra auch von Tripura Sundari. Tripura Sundari ist die göttliche Mutter an sich, die Göttin der drei Welten, die Göttin hinter der Energie von Sarasvati, Lakshmi und Durga und Kali. Saum ist also Tripura Sundari. Daher Mahavidya-Mantra enthält auch Saum. Saum ist aber auch das Bija-Mantra von Skanda, der auch Subramanya und Katikeya genannt wird. Man kann auch sagen OM SAUM SARAVANABHAVA YANAMAHA. OM SAUM SARAVANABHAVA YANAMAHA.